Hallihallo, da bin ich wieder mal. Heute probiere ich mal Live Binaural Beats oder Subliminal Akustik, wobei linker und rechter Kanal bei mir einen Unterschied von 8 Hertz aufweisen werden. Ich werde jetzt nochmal anfangen und das Mikrofon ausschalten, damit ihr euch konzentrieren könnt und ich auch. Okay, viel Spaß, viel Glück, bis demnächst. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, 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 es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, 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 es heilt die göttliche Kraft!